Hi, hier ist der René von der FGS Musikschule und wir schauen uns heute den Song Afterglow von Ed Sheeran etwas im Detail an. Den ganzen Song zum Mitspielen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal unter Don't Talk Just Play. Cabo haben wir im vierten Bund und los geht es mit einem G, beziehungsweise G-Sus 2, da der Mittelfinger, die darunter liegende A-Seite, abdämpft und somit die Terz nicht mitklingt. Gleiches haben wir auch beim C-Sus 2, ebenfalls die darunter liegende A-Seite, abdämpfen. Ein D-Sus 4, ein E-Moll 7 und das waren schon alle Akkorde, die wir brauchen. Das Rhythmus-Pattern geht wie folgt in Achtel-Abschlägen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Am Ende des Taktes mit einer Sechzehntel-Aufschlag. 1 und 2 und 3 und 4 und dann. Und wir haben noch zwei Betonungen drinnen, nämlich auf die Zählzeiten 2 und und die Zählzeit 4. Klingt folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und dann. 1 und 2 und 3 und 4 und dann. 1 und 2 und 3 und 4 und dann. Das ist eigentlich alles, was ihr braucht und schon könnt ihr den Song mitspielen. Viel Spaß dabei.